Plant! 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 Da brauchst du dein Umbrella auch kaum. Du stellst dich einfach kurz ein bisschen irgendwo drunter und passt. Das ist echt cool. I'll take this stuff and dry it. Lass trocknen. Warum häng ich mich nicht an so'n drying rack und werd dann wieder weniger nass? Haha. Weil da bloß Fleisch noch kehrt, Karl. Bad joke. Haha. Oh, warum schläfst du jetzt, du dummer Vogel? Haben wir noch Eier? Wir haben noch Eier. Perfect. Ach ja, genau. Ich hatte was von Backpack gelabert. Bevor ich das wieder vergesse und mich ärgere, dass ich so wenig Platz hab. Es gibt gleich Bacon & Egg für mich und dann bin ich wieder stark. Okay. Hojo, 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 hojo. Hast du eigentlich jetzt schon versucht mit drei Eiern nur in einem Ding? Einem Jerky? Ja, da kommt, äh, Meatballs los. Ah, okay. Also quasi ein bisschen die schwächere Version. Hm, auch nicht schlecht. Es ist zu fucking Frauen in der Regen. Hä? Aber solange du... Wollen wir mal, lass mal mich was probieren. Achso. Ne, hab's nicht. Hier, dann du das. Dankeschön. Ich hab hundert... äh, 210. Aber da hat... Bluma hat grad geschissen. Das ist die Scheiße. Oh, sorry. Zack. Dann bin ich wieder gut. Soggy Egg. Soaked Backpack. Ja, geil. Mein Backpack ist einfach nass. Oh, cool. Ich hab diese, diese, äh, Durian wieder. Durian? Ja, die, die komische Durian-Pflanze, diese Stachligge. Ah. Okay. No, Admin. Das Problem ist, ich kann jetzt im Moment kaum welche von den Samen benutzen, weil ich die, oder zumindest nicht die Dragonfruits, weil ich einfach Samen draus mache. Doch, du schmeißt Dragonfruits und dann, du bekommst immer mindestens einen Dragonfruits. Ja schon, ich weiß, das mach ich auch so, aber im Moment kann ich die Dragonfruits dann wirklich kann ich nicht nutzen. Ich hab grad einen Butterfly killed. Du bist der coolste. Das solltest du auch sagen, der Esse. I'm on it. Dankjee. Hab auch einen getötet. Look at me being cool too. Wir haben hier einfach alles. Wir müssen nie wieder von der Insel weg. Ja, das wären echt nur Spinnen oder so. Ohne Witz. Das ist so. Und durch Gloomer, durch Gloomer brauchen wir auch fast nie Holz wirklich. Ah, jetzt. Wenn ich jetzt mein Umbrella nehme und da hin stehe, hilft's nix. Nice to know, auf jeden Fall. Wir haben kein Holz mehr. Oh, ich hab sieben grad gefarmt. Wir nimm die mal. Ich meine nur. Ich troste nur. Du rufst, ich hol. Herrgott. Das ruf mich jetzt Lukas an. Was klappt's dann eigentlich mit euch? So. Was mach ich jetzt Produktives? Ähm. Nur ein bisschen Samen farmen, komm. Und ja, Bub, ich bin da, Bub. Hallo, Bub. Bubidi-Bub. Und Kage sammeln. Immer schön Kage sammeln. Kage ist liebens nur wenig. Alter, sammeln auf. Ich könnte uns natürlich noch ein bisschen Vorrat an pflanzlichen Shit machen, aber das bringt nicht viel für uns Sommer. Was, pflanzliche Shit? Ja, Büsche halt ausgraben für uns oder so. So. Ja, äh. Was wollte ich denn jetzt an diesem schönen Tag machen? Mhm. Ah ja, ich wollte mal Holz. Wir brauchen echt voll viel Holz. Ich will jetzt mal in der Lock Suit machen. Joa, mach. Ich behalte mein Backpack. Okay. Ich bin glücklich mit meinem Big Big. Hallo? Seeds? I wanted some Seeds? Wie scheiße ist das jetzt gerade die Schweine schlafen? You got some Seeds? Wieso kommt die fünfte Staffel TWD in der Schulzeit? I don't know. Was ist TWD schon wieder? Keine Ahnung. Ist auch wurscht. TWD, genau, TWD. TWD. Keine Ahnung. Hirn, Hirn, Denk, Denk. Nee. Kommt mir nix in den Sinn. The Walking Dead. Gott ey. Ich hasse die ganzen Abkürzungen. Und ihr hasst sie wahrscheinlich genauso, wenn sie jemand anders benutzt. Denkt ihr euch so, warum muss der denn alles abkürzen? Aber selber macht ihr es genauso. Hate, Hate. More random hate here. Warum sollte man sich denn eigentlich mehr als einen Vogel machen? Also zähmen. Ja, weil das normalerweise irgendwas hat wird. Aber doch nicht. Warum soll das sein? Und unsere ist eine Ausnahme, oder was? Keine Ahnung, warum unsere was hat wird. Würst du mir nicht weiß machen? Gelaber. Ich mach mir jetzt auf jeden Fall ne goldene Axt. Immer fällt ich die Wald. Weg dann, sind meine Seeds. 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 Pflanze, 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 ich pflanze den Shit an. Ja, weil da ein Vogel gefangen. For no good reason. Geil, Alter. Mit dem kann ich nicht viel machen. Also, Mörder. Awesome. Hammer fucking awesome. Wie wär's eigentlich, wenn man das eine Gras, was hier zwischendrin wächst, wegmachen. Und da hoch verbrachten. Selbstverständlich. Halt du dat, because I have a schaufel. Und diesen Büsch. Oh, no, no, no. Weil ich mein, irgendwie... Lass uns organisieren. Dann können wir hier links diesen Wald anpflanzen schön. Das sind die Sachen, die ich aufsammle, immer noch nass. Ich hab null Nessel. Ah, weil die Sachen, die an sich nass sind, auf dem Weg. Ah, uh, das macht doch Sinn. Bei mir, wo da jetzt das Harte dran ist, so. Oh mein Gott, das ist schnaß, nein. Na, der kann so aus der Hand rutschen. Ja, aber der sieht's ja aus der Hand rutschen. Guck mal, ich sortiere gerade mal so das Zeug, was da so ein bisschen rumliegt. Alter, du bist der Shit. So, ich mach mir wieder Dragonfruits. Ich züchte sie mal ein bisschen hoch. Aber wir sollten uns für den Sommer vorbereiten. Mhm, indem wir Melonen anpflanzen? Sommerwäschten und so Shit machen. All diesen Dreck. So, der schläft jetzt schon wieder. Gut, ich hab Melonen-Samen da, also. Melonen sind immer unbedingt so, das Wichtige. Ja, aber du kannst dir da coole Melonen. Ja, nice to have. Sieh? Melone! Another Melone! Dann reichen uns zwei Melonen mal, oder? For the moment. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viel braucht man denn, lass mal drei gucken. Ja klar, eine Melone und ein... äh, drei Twigs, wowie. Das ist eigentlich awesome Shit. So, Melonen da rein. Ah, das sind ja meine hier, was da war da. Haben wir irgendwo Twigs? Ich hab 29 Stück. Gib mal kurz, äh, drei oder so. Juhu. Ne, ein Twig, ein Twig. Egal. Nimm drei. Hashtag Product Placement mit dem Nimm drei. Weißt du noch, was man aus Durian cooles machen konnte? Ne, da ging nix cooles nämlich draus. Zumindest haben wir noch nix cooles rausgefunden. Ah. Gut, koch ich einfach mal so. Hashtag Frau Fodas, Fisi Bubel, ich schau jetzt nen Horrorfilm, ich liebe dich. Ich dich auch. Viel Spaß dabei. Tschüss Bub. In eine andere Welt. Also du machst Holz, ich mach noch ein bisschen Gras oder so. Gras wächst im Sommer dann auch nimmer, oder? Alles wächst im Sommer dann. Meine Güte. Ihr Stiss-Eihartes Leben. Oh, ihr fucking dummen Vögel. Stop being so retarded. Warum liegt da echt ne Trap rum? Die liegt genau so rum wie die ganzen anderen random Sachen. Nur weil wir ja so dumm sind, zu dumm um zu sortieren. Ja, ich bin hart on it. Jawoll, aus zwei Dragons drei, äh, vier Fruits gemacht. Äh, Quatsch, vier Seeds gemacht. So. Aha. Ah. Und diesen drei, heißt übrigens den zweiten. Du Product Placement. Indirekte Product Placement. Darüber hast du jetzt so lange nachgedacht? Ne. Aber das ist schon noch eingefahren gerade. Ah, ok. So, dann geh ich ein bisschen Steine hacken. Mal. Bisschen doll. Warte, komm mit, ich hab ne Idee. Achso. Warum Steine hacken? Die Büsche hier. Komm. Was basht sich hier schon wieder? Die Nerms? Ohja. Da ist die Battle wieder ab. Hehehe. Aber wo gehen wir denn hin? Ja schon vorher ganz, ganz was. Proviant. Sonst gehen wir nirgendwo hin. Get over here, Gobbler. I will kill you. And you're gonna lag. Ah, das liegt gerade echt wieder hart. Ok. Ich weiß nicht, Solo kann es neu starten. Augustus, wie wär's mit dem Battle? Zwischen uns. Ich hätte gesagt, wir battlen jetzt, Bro. Der Battles ab. Komm her. Her da. Try it. Ich hab da schon mal vorhin so voll viel fleischiges Zeugs gekocht. Gut möglich. Vielleicht bist du wieder weg. Ja. Looks like it. Ja gut. Wenn du dich noch battlst, dann lass mal diesen Tag noch flach fahren. Dann gehen wir auch schon den nächsten Tag los. Oh, das ist Frostschenkel. Und ein Fisch. Noch ein Fisch. Frostschenkel. Ah, get fucked up. Sind die Merms eigentlich hart zu battlen? Äh, genauso halt die Schweine. Aber die machen halt viel mehr Schaden, wenn sie dich treffen. Und sie sind schneller. Ja. Du fucking what, mate? Get over here. I'm gonna kill you. Ja, ich werd immer besser im Battlen. Ich merk das schon. Mhm. Das ist krass, gell? Ja. Je öfter du das machst, je mehr brauchst du dir ein. Wie genau das abläuft und wen du wie battlst. Dann dieses Distanz gewinnen und dann, wenn er kurz vorm Schlag ist, schon auf ihn zurennen, weil dann verfehlt er dich sowieso und ihn dann in den Rücken schlagen. Ja. Wenn er sich gerade umdreht, sozusagen. Ich setz den Fall einfach wo dahin. Das ist gut. So. Let me check my farms. Okay, du hast schon gutes Essen gemacht. Mach ich mir da was nehmen. Hm. Oh, das wird auch schon für Nüsse. Echt? Ich bin aber zu wütig von dir. Fett. Jetzt hab ich wieder 158 Leben. Neiße Scheiße. Ich hab dir dafür ein paar Fische geholt. Oh ja, er schmeißt die Fische-Gleiter in die untere. Drei Stück? Ja. Perfekt. Und ich hab auch drei Frosch-Schenkel hier, so. Und zwei Gobbler-Dingers. Dafür mach ich mir ein bisschen very shit. Ich mach mal noch meine Chest, man. Ja, please. Und nach diesem Tag gehen wir nach links. Weg. Okay, dann lernen wir mal ein bisschen. Ich hab übrigens... Da wo du diese Dings sehen hast. Diese Lava-Pits, da gehen wir hin. Ah, okay. Ähm, ich hab übrigens einen Picskin nochmal, falls wir, just in case, noch eine Umbrella bräuchten oder so. Keine Ahnung, Picskins zu haben ist probably immer gut. Okay. Oh. Okay. Oh.